Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Heute fliegen wir zusammen in den Weltraum und werden die Frage ein für alle Mal klären, hoffe ich zumindest, ob es Aliens wirklich gibt. Denn heute besprechen wir den deutschen Kinderfilm Wow-Nachricht aus dem All, der am 14.12. in Deutschland anlaufen wird. Mein Name ist Schlogger und mein Co-Pilot heute ist Stu. Hallo Stu. Ahoi. Ahoi. Ich habe den Film ja gar nicht gesehen, muss man gleich sagen. Deswegen bist eigentlich du eher der Pilot und ich bin eher so eine komische Art Navi oder so. Das heißt, wir können heute immer sagen, statt Hey Siri, Hey Schlogger. Ja, aber du bist trotzdem sehr wichtig, weil irgendeiner muss ja anzeigen, wo die Notausgänge sind. Okay, also der Film braucht Notausgänge. Da wird ja schon was angedeutet. Es bleibt spannend. Sag uns doch bitte einmal erstmal, um was es in diesem Film überhaupt geht. Ja, der Film handelt von den besten Freunden Billy und Dino, die in den Sommerferien ein Projekt verfolgen, nämlich sie wollen wissen, gibt es da draußen im Weltraum Aliens? Und tatsächlich empfangen sie eine Nachricht und sie glauben auch felsenfest, das ist eine Nachricht von Außerirdischen und wollen nun Billys Vater davon überzeugen, mit ihnen zusammen zur ESA zu fahren, zur Europäischen Weltraumstation oder wie immer das heißt. Und das Gute ist, dass Billys Vater früher da auch gearbeitet hat und so schaffen die beiden Kinder es halt eben dorthin. Und tatsächlich über ein paar Umwege geraten sie in eine Rakete und fliegen mit dieser ins All und können dann endlich ausmachen. Woher kommt denn diese seltsame Nachricht? Ah ja, genau den Trailer habe ich auch gesehen. Also das, was du da gerade erzählt hast, sieht man ja auch im Trailer. Ja, bist du denn, bist du ein Kinderfilm-Fan? Also hattest du Lust auf den Film? Kinderfilme ist bei mir immer so eine Love-it-or-Hate-it-Angelegenheit. Es gibt wirklich Kinderfilme, die ich ganz, ganz toll finde. Ich bin zum Beispiel großer Fan der ersten Greggs Tagebuch-Filme und ich liebe die Rekon-Oscar-Filme, diese drei Stück, die es mittlerweile gibt. Es gibt aber auch Kinderfilme, wo ich ganz klar sage, seid mir nicht böse, aber ich bin nicht das angestrebtes Zielpublikum. Es ist okay. Es gibt auch Kinderfilme, die ich ganz, ganz furchtbar fand. Ich habe aber auch schon Filme erlebt, wo ich dachte, das wird nichts für mich und fand sie dann doch ganz unterhaltsam. Bestes Beispiel jetzt aus den letzten Jahren wäre die letzte Räube Hot-Sand-Plotzer-Filmung gewesen, die ich im Kino gesehen habe und tatsächlich wirklich sehr, sehr gelungen fand. Also ich kann nicht sagen, dass ich allgemein was gegen Kinderfilme habe, aber ich bin vielleicht auch nicht der größte Fan, so Mittelding. Okay, ja, wir hatten es ja schon mal irgendwo anders erwähnt, dass die ganze Michael Ende, ich meine, ist Hotzenplatz Michael Ende oder diese deutsche Kinderbuchverfilmung? Das war Fried Preußler. Fried Preußler, genau. Entschuldigung, das auch mit Jim Knopf und so, dass es wirklich ganz gute, solide deutsche Verfilmungen sind. Aber wenn du schon sagst, du bist vielleicht nicht die Zielgruppe, für welche Zielgruppe ist denn der Film Wow Nachricht aus dem All? Also ich, der bekannt ist für pädagogische Kompetenz, ich würde sagen, das ist ein Film, wo zwischen sechs und zwölf, da glaube ich, hat man das am meisten Spaß mit. Das ist ein Kinderfilm, der so auch die gängigen Muster erfüllt, will sagen, die Hauptprotagonisten, also Billy und Dino, die sind halt altklug. Die wissen alles, die sind immer cleverer als die Erwachsenen. Die Erwachsenen benehmen sich stellenweise auch so ein bisschen arg, ja, dumm und auch vor allem ignorant. Ich glaube, mehr ignorant als dumm. Und das kennt man ja aus vielen anderen Filmen. Das heißt, Wow Nachrichten aus dem All möchte seinem Zielpublikum halt auch offerieren, dass sie ernst genommen werden mit ihren Problemen und Sorgen. Und möchte auch gleichzeitig diese Abenteuerlust befriedigen. Und ich finde, Letzteres schafft der Film eigentlich ganz gut. Und dieses, dass die Erwachsenen sich so dumm anstellen, hast du das angenommen aus der Kindersicht oder war das jetzt neudeutsch cringe für dich? Also hat man sich da irgendwie unwohl dabei gefühlt, dass das alles albern und konstruiert wirkte? Man muss es schon hinnehmen. Also der Film macht relativ schnell klar, was für eine Art Film er ist. Also wenn dann irgendwie der Vater dann da sitzt und hört halt diese Alienbotschaft und sagt so, ja, das ist nichts, das kann nicht sein. Und man weiß aber schon, ja doch, es ist aber was. Und man kann es schon als cringe bezeichnen, aber halt nur, wenn man sich nicht darauf einlassen kann oder möchte. Wenn man halt weiß, was es ist, dann finde ich, gibt es da schlimmere Filme. Und ich versuche dann auch immer meine Kinderfilmbrille aufzusetzen und mir immer vorzustellen, hey, wenn ich jetzt acht Jahre alt wäre und würde im Kino sitzen und mir das angucken, fände ich das wirklich cringe oder würde ich einfach da mitgehen und meinen Spaß haben? Ich glaube, bei Wow wäre Letzteres der Fall. Also ich fand auch der Trailer, da habe ich kurz gedacht, das hätte mir, glaube ich, richtig Spaß gemacht. Und dass sie dann einfach im All sind, dass man das so mit den Protagonisten miterlebt, das fand ich ziemlich cool. Und dass sie da, also du hast es vielleicht so ein bisschen jetzt gespoilert. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen sollten. Ich bin natürlich neugierig, ob sie dann wirklich auf Aliens treffen. Und dann würde mich auch interessieren, ob man die sieht und wie die aussehen. Da müssen wir jetzt aber kurz entscheiden, ob wir darüber sprechen wollen oder nicht. Wir können gerne darüber sprechen. Ich sage mal so, ja, es kommt zu einer Art Kontakt, aber er verläuft dann vielleicht ein bisschen anders. Also man sieht jetzt kein grünes Männlein mit Tentakelhänden, das da rumläuft. Es ist tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen esoterischer, als man glaubt. Aha. Die Auflösung. Die Aliens sind die Freundschaft, die sie auf dem Weg gemacht haben. Na, so schlimm ist es jetzt nicht. Aber was mich verwundert hat, die Billie, die hat ihre Mutter verloren. Ihre Mutter war Astronautin und die ist halt gestorben. Und ich dachte irgendwie, dass das halt nochmal aufgegriffen wird. Man kennt das ja aus anderen Filmen, dass dann dieses Alien nochmal, was weiß ich, einen Kontakt ermöglicht zwischen der Welt der Lebenden und des Jenseits oder solche anderen Sachen. Das passiert tatsächlich nicht. Das hat mich ein bisschen verwundert. Das hat mich nicht gestört. Ich habe nur damit gerechnet, dass sowas kommt. Aber das haben sie sein gelassen. Aber diese Begegnung ist ganz nett. Aber sie ist letztlich, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man den Film ankreiden könnte, sehr unspektakulär. Denn obwohl Wow halt wirklich auch ins Weltall vordringt, muss ich eins sagen, inszenatorisch ist der auch für einen Kinderfilm nicht so gelungen. Okay, schade. Also rein technisch sah das schon cool aus, wie die da in der Schwerelosigkeit hängen und rausgucken. Ja, also es gibt im weiteren Verlauf des Films halt wirklich so ein paar Szenen, wo man sehr deutlich merkt, dass die beiden Hauptdarsteller gerade mit einem Seil von einem Greenscreen hängen. Und dann gibt es eine Szene, die sie sich sogar bei den Simpsons entliehen haben. Wir erinnern uns vielleicht in der tollen Folge, wo Homer Astronaut wird und im Weltall Schipps ist. Das gibt es bei Wow auch. Allerdings sieht man da sehr deutlich, dass das Effekt technisch noch nicht richtig umgesetzt worden ist. Beziehungsweise da hätte man nochmal drüber polieren können. Oh nein. Ja, aber die Effekte sind gar nicht so sehr das Problem. Was mich halt mehr gestört hat, ist wirklich, der ganze Film wirkt in Anführungszeichen nicht real, nicht authentisch. Also das sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wie einfach Billy und Dino und diese Rakete kommen. Das ist natürlich ein Kinderfilm, das ist klar. Aber ich finde, dass da so ein paar Sachen einfach dargestellt werden, die seltsam wirken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Raketensilo, wo eine 500 Millionen Euro teure Rakete bewacht wird, als ob es irgendwie die Dürener Dorf-Disco-Klapsmühle ist. Das ist so, da fehlt mir ein bisschen Sorgfalt inszenatorisch einfach. Also du hättest gerne irgendwie gehabt, dass die gerne mehr Hindernisse gehabt hätten und nicht einfach so reingehen und sagen, ja, ja, wir gehören dazu. Es hätte halt schon viel geholfen, wenn diese, zum Beispiel diese Rakete vom Inneren halt nicht aussieht wie so eine, wie heißen diese Dinger, die in Einkaufszentren drin stehen, wo man fünf Pfennig einwirft und dann kann man darauf rum... Wolltest du sagen Einkaufswägen? Aber nee, du meinst nicht, du meinst einfach diese kleinen Fahrgeschäfte dann. Genau, genau, diese, ja, ne, also. Okay. Wer fehlt dir das jetzt passend war? Ja, aber im Trailer, okay, schade, im Trailer sah es nicht so grottig aus. Also, da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich acht Jahre alt gewesen wäre, wäre mir das vollkommen egal. Aber ich bin jetzt nur mal 40 und ein paar Sachen kann ich dann auch nicht ausschalten. Aber der Geist ist doch acht Jahre alt. Er schübt mich. Okay, schade. Ja, ähm, okay, das heißt... Oh Gott, ich mache einen Podcast mit Mädchen. Ja, aber ich würde, irgendwie habe ich gedacht, der würde mich, glaube ich, ansprechen, ich will auch ins All fliegen. Und diese Auflösung, die hat mich jetzt auch ein bisschen neugierig gemacht. Na klar, es ist kein Interstellar oder was weiß ich. Und auch schade, dass man keine Pappmaché-Tentakelmonster dann trifft. Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein Blick aus meiner, ja, emotionslosen Kritiker-Brille. Da finde ich halt einfach, dass dem Film da halt ein bisschen, also er sieht halt nicht so gut aus. Er sieht immer so ein bisschen nicht billig aus. Aber du hast das Gefühl so, es sieht halt wirklich alles nach Film aus. Du hast nie das Gefühl wirklich, dass was da passiert, passiert gerade wirklich. Ich kann es jetzt gerade nicht besser beschreiben. Aber, und da wiederhole ich mich, wenn ich acht Jahre alt gewesen wäre, wäre mir das furchtbar egal gewesen. Genau wie, ähm, nach der Vorführung haben sich ein paar Kollegen beschwert, dass der Film ein paar, äh, unlogische Stellen hat. Aber gut, ich und Logik, das ist eh ein Trauerspiel. Waren auch Kinder in der Vorstellung? Nein, tatsächlich nicht. Es, ähm, es, es, es war sogar so, dass ich mit meinen 40 Länzen da wahrscheinlich der Jüngste war in der Vorstellung. Ja, das finde ich ja immer ganz nett, wenn man mit Kindern die Kinderfilme anguckt, weil man dann gleich mitkriegt, ob wir lachen und wie viel lachen die und so weiter. An welchen Stellen lachen die? Weil ich weiß ja, als ich in den Turtles war, haben die Kinder an Stellen gelacht, die ich überhaupt nicht als Witz so erkannt hätte. Und das fand ich dann auch ganz interessant, so als Gratmesser. Ja. Was ich noch interessant finde und was ich auch sehr schön finde, das möchte ich hier auch noch mit einbringen, äh, Kinderfilme sind ja vor allem prädestiniert dafür, dass sie basieren auf bekannten Buchvorlagen, bekannten Serien, Comics, etc., 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 man denke hier an die wilden Kerle, Rico und Oskars hat auch eine Vorlage, ähm, und hier ist es wirklich so, das ist ein originärer Stoff, der basiert wirklich auf nichts außer dem Drehbuch von Autor Marc Meier und das ist sehr selten geworden, ähm, und ich finde es schön, dass Konstantin Film diesen Film dann sogar ins Weihnachtsgeschäft reinbringt, wobei er, wie gesagt, auf keiner Vorlage basiert und, das kann auch verraten werden, es gibt keinerlei Weihnachtsbezüge in dem Film. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass Konstantin Film den wirklich in Weihnachtszeit, weil das ist ja einfach eine sehr, da ist das Kino ja stark frequentiert, dass sie den Film dort rausbringen. Sie hätten noch was anderes rausbringen können zu der Zeit, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das ist wirklich ein schöner Punkt, also der läuft ja am 14.12. an, dann hoffen wir mal, dass da ein paar Familien reingehen werden und wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich in deinem Fazit dann trotzdem noch gerne mal abgerundet hören, du hast gesagt inszenatorisch nicht so ganz, aber ob die Geschichte für dich dann doch rund war. Ja, also mein Fazit ist, wenn ihr acht Jahre alt seid oder neun oder zehn oder elf oder oder bei zwölf wird es kritisch, sechs oder sieben geht auch noch, dann ist das ein schöner Film, könnt ihr euch gerne angucken. Wenn ihr jedoch zu der Fraktion der Eltern seid, dann glaube ich, überlegt einfach mal, ob der Junior oder die Juniorine vielleicht das erste Mal alleine ins Kino gehen kann, um sich diesen Film anzusehen, denn ich glaube tatsächlich, für ein Erwachsenenpublikum bietet der Film dann letztlich dann doch zu wenig. Wenn ihr doch mit euren Kleinen da reingeht, ist es aber nicht so, dass es jetzt wirklich komplette Scheiße ist. Das ist es nicht. Es ist ein schöner Film, ein schöner Kinderfilm vor allem. Ich finde, dass es schön ist, dass es eine originäre Geschichte erzählt wird. Inszenatorisch ist das bescheiden präsentiert, aber und ich glaube, das beschreibt den Film ganz gut. Es ist als Kinomärchen für die Zielgruppe 6 bis 12 ist das wirklich ein ganz, ganz guter Film geworden. Ja, und man geht ja als Eltern in alle möglichen Filme mit rein. Ich war jetzt erst in Paw Patrol 2 mit drin. Ich meine, das ist auch für Jüngere. Aber dann würde ich mir wahrscheinlich auch so einen Film angucken für vielleicht weltraumbegeisterte Kinder. Ja, also ich habe Paw Patrol nicht gesehen, aber ich glaube, dass Wow dann dir mehr Spaß macht als Paw Patrol. Ich glaube es mal. Okay, alles klar. Dann danke dir, liebes Du und auch allen da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne unterstützen und zwar, indem ihr uns weiterempfehlt oder irgendwo einen Like hinterlasst da, überall wo es Likes gibt, zum Beispiel auf Social Media. Oder wenn ihr jetzt sofort noch mehr hören wollt, könnt ihr auf der Website tele-stammtisch.de ganz viele weitere Besprechungen auch über viele Kinderfilme anhören. Ich bin Schlogger. Mein Kram findet ihr auf Schlogger.de. Am Ende darf ich noch ganz kurz Werbung machen. Ich habe gerade ein neues Buch, das heißt Kommunikation mit Kindern. Passt vielleicht zu Kinderfilmen. Könnt ihr einfach im Schlogger-Shop finden oder mir auf Social Media unter dem Handel The Schlogger folgen. Und der Stu hat heute das letzte Wort. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ich arbeite gerade auch an meinem Buch, Kommunikation mit Schlogger. Ich bin noch in der Erfindungsphase, aber ich halte euch in den Laufenden. Vielen Dank. Viel Spaß im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.